Die Stadt Perleberg liegt im Nordwesten Brandenburgs, auf halber Strecke zwischen Hamburg und Berlin. Perleberg ist alles andere als eine Musikmetropole und dennoch macht die Stadt international musikalisch von sich reden. Schon seit mehreren Jahren findet hier in diesem beschaulichen Städtchen, eingebettet in die schöne Natur Brandenburgs, alljährlich die Lotte-Lehmann-Akademie statt. Zwischen liebevoll restaurierten Giebelhäusern und mittelalterlichen Bauwerken erklingen Opernmelodien, die man sonst nur auf den ganz großen Bühnen hört. Und die Stadt ist stolz darauf. Gut 12.000 Einwohner zählt die Stadt und liegt idyllisch in mitten grüner Natur, von der selbst das Stadtzentrum nicht ausgenommen ist. Zwei Flussläufe der Stepenitz umschließen den Altstadtkern, machen den angrenzenden Hagen zu einem angenehmen Ort zum Verweilen. Und genau hier finden die Teilnehmer Entspannung und Ausgleich zu ihren intensiven Kursveranstaltungen. Für drei Wochen im Sommer verwandelt sich die Stadt zum internationalen Ort, an dem sich angehende und bereits fortgeschrittene Opernsängerinnen und Sänger für eine Ausbildung unter hochkarätiger Anleitung treffen. Für die Teilnehmer und Dozenten der Lotte-Lehmann-Akademie sind die Ausbildungswochen durchorganisiert, nach verschiedenen Themen in Stundenplänen gestaffelt. Es geht in dieser Zeit um eine bestmögliche Ausbildung. Von Urlaub in Perleberg kann dabei nicht die Rede sein. Wenn auch ungezwungen und leger, die Anspannung und die Nervosität der Teilnehmer sind nicht zu übersehen. Die Lotte-Lehmann-Akademie richtet sich an junge, angehende Opernsänger im Übergang vom Studienabschluss zum Berufseinstieg. Und da haben wir aber bewusst keine Altersgrenze festgelegt, denn es gibt Frühentwickler, es gibt Spätzünder. Und zudem möchten wir das Angebot auch offen halten für Sänger, die bereits eine Karriere haben, aber ein neues sogenanntes Stimmfach oder ein neues Repertoire sich erarbeiten möchten. Warum die Akademie den Namen Lotte-Lehmann trägt, steht mit der Stadt in engen Zusammenhang. Am 27. Februar des Jahres 1888 wurde Lotte-Lehmann als Charlotte-Lehmann in Perleberg geboren. Ihr Vater war Sekretär in der Perleberger Ritterschaft. Das Licht der Welt erblickte die kleine Lotte in der heutigen Pritzwerker Straße 11, wuchs dann im Ritterschaftsgebäude in der Berliner Straße 50 auf und besuchte die Schule in Perleberg. Im Jahre 1910 führte sie der Weg an die Hamburger Oper, dem Ort, an dem ihre Karriere als Sopranistin begann. Viele große europäische Bühnen wurden ihr Zuhause. Die Zeit des Nationalsozialismus ließ Lotte-Lehmann nach New York emigrieren. Von 1938 bis 1951 wurde die Metropolitan Opera in New York der Mittelpunkt ihres Künstlerlebens. Lotte-Lehmann verstarb am 26. August 1976 in Santa Barbara, Kalifornien. Ihr, der gebürtigen Perlebergerin von internationalem Ruhm, wurde mit der Akademie ein Andenken in ihrer Heimatstadt gesetzt. Doch nicht nur musikalisch, wird Lotte-Lehmann gedacht. Seit dem Frühjahr 2016 steht ihr Ebenbild als Denkmal im Zentrum der Stadt. Zahlreich fanden sich Freunde und Bewunderer Lotte-Lehmanns zur Enthüllung ihrer Büste ein, begrüßten Lotte-Lehmann wieder zurückgekehrt nach Perleberg. International sind die Teilnehmer, die alljährlich von Vertretern der Stadt und von einem ebenso internationalen Dozententeam im Rathaus von Perleberg begrüßt werden. Dieses musikalische Treffen der Kontinente in Perleberg ruft das Interesse regionaler, aber auch überregionaler Medien hervor. Mein Name ist Gabriela Dosso, ich komme aus Chile. Ich bin Fagner Moreira und komme aus Brasilien. Hi, mein Name ist Kelsey Robertson und ich bin von Point Pleasant, New Jersey. Ich bin Annemarke Schreitemarke und ich komme aus den Niederlanden und ich bin 23 Jahre alt. Schon nach kürzester Zeit sind Fortschritte erkennbar, die die Teilnehmer der Akademie bei öffentlichen Konzerten präsentieren können. Die Konzerte finden dabei nicht allein in Perleberg statt. Dabei sind Orte, die verschiedener nicht sein können. Ob im Saal oder unter freiem Himmel, jede Location hat ihren Reiz und einen ganz eigenen Charme. Wir sind schon lange dabei, bei dieser Lotte-Lehmann-Akademie oder Schule, oder Borge, weil wir finden sehr toll, dieses Konzept in dieser kleinen Stadt wie Perleberg, das jährlich immer wieder stattfindet. Also, dieser Monat ist sehr, sehr schön für Perleberg, dass die Leute von weltweit kommen. Und es ist eine wunderschöne Flair und wunderschöne Atmosphäre in diesem Monat. Wir sind Italien, aber es ist normal, dass die, also viel klassische Musik oder die meiste klassische Musik kommt sowieso von Italien. Ich persönlich finde sowieso sehr toll, diese Geschichte, diese klassische Musik. Wir sind sehr begeistert und freuen uns, dass junge Leute so unterstützt werden und dass es für alle öffentlich ist. Wunderbar, immer weiter so. Ganz super, weil das ist für's Herbst. Wir sind schon zum vierten Mal hier und sind jedes Mal aufs Neue total begeistert, wie toll man auf einem kleinen Dorf irgendetwas herrichten kann. Und mit wie viel Liebe hier alles gemacht wird, dass ich, ich schwärme jedes Mal davon und bin von den Opernsängern sowas von begeistert und sage, das sind noch Anfänger, die sind doch für unsere Ohren schon richtig toll. ausgebildete Stimmen und das letzte, jetzt eben das Tazett, war so klasse, einfach toll. Mit dem Grand Finale findet alljährlich die Lotte-Lehmann-Akademie einen würdigen Abschluss. Auf der Bühne und vor einem anspruchsvollen Publikum zeigen die Teilnehmer die Ergebnisse ihrer musikalischen und schauspielerischen Leistungen. Ja, sehr gut gefällt's mir. Wir sind ja schon seit vielen Jahren hier dabei. Also immer wieder in der Lotte-Lehmann-Woche fing das ja an, Lotte-Lehmann-Akademie jetzt. Und es ist sehr schön, dass immer wieder, also wir sind begeistert hier. Man muss nicht nach Berlin fahren, um die Lotte-Lehmann-Akademie findet man hier. Hier findet man die Kultur. Man muss gar nicht in die große Städte fahren, nicht nach Dresden, nicht nach Berlin. Man findet die Kultur hier in der Priegnitz und das ist wunderschön. Die Kultur, die große Oper in der Priegnitz, ist das Zeichen der herausragenden Leistungen, die in der Akademie erbracht werden. Das Publikum weiß diese Leistung zu schätzen und würdigt sie mit stehenden Ovationen. Der Erfolg ist Grund genug, die Akademie alljährlich fortzusetzen.